. Ich hätte alles gemacht dafür. Egal, also wenn ich da... Keine Ahnung, jedes Wochenende wohin fliegen hätte müssen, dann hätte ich das auch irgendwie geschafft. Das war natürlich finanziell ein großer Aufwand, weil selbst mit dem Zug hin und her zu fahren, war nicht ganz so billig. Und dann die Stunden auch noch zu zahlen, hätte ich auch nicht die Hilfe von meiner Mutter überhaupt geschafft. Ich habe damals nichts verdient, weil ich über 15 Jahre alt bin, als ich mein Training angefangen habe. aime. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017